Hallo YouTube, mein Name ist Manu von JeanHilfte und ich habe natürlich wieder vergessen meinen Browser zuzumachen. Naja, was soll's, ich sag's jetzt einfach, ich hab dem mit Absicht nicht zugesagt und ich wollte euch einfach mal zeigen, dass ihr mich auch auf Facebook liken könnt unter JeanHilfte bzw. facebook.com-JeanHilfte. Das Zeug hier ist eigentlich total irrelevant. Heute soll es um das Programm Fast Image Map 2 gehen. Und zwar hab ich hier in diesem Fast Image Map schon mal auf neue Image Map geklickt und hab da mal eine neue Image Map erstellt. Da muss man sich ein Bild reinladen und so. Dieses Programm ist an sich dafür da, dass man HTML Image Maps erstellt, ohne dass man sie erstellt. Das ist an sich nicht so schwer zu kapieren, aber klingt erstmal komisch. Es geht darum, in HTML ist es so, dass man hin und wieder mal eine Image Map erstellen will. Wenn man Links zum Beispiel, also auf Links klicken soll oder Mouse Over haben möchte, einrichten möchte, die nicht in Quadrate geteilt werden, also die nicht in normale Container passen, die letztendlich rechteckig zum Beispiel angeordnet sind, dann ist es teilweise nötig, eine Image Map zu erstellen und dieses Programm hilft uns dabei, weil wir ansonsten jegliche Koordinaten selber angeben müssten. Und das ist ja an sich ein bisschen schwierig. Deswegen gibt es hier die Möglichkeit auf, also erstmal gibt es die Möglichkeit hier eine Größe des Bildes einzustellen. Auf 100% würde das Ganze so aussehen. Das würde ein bisschen cooler aussehen als, ja, okay, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich mache das lieber auf 25%. Es geht nicht um das Bild in diesem Programm. Es geht wirklich nicht um das Bild. Das Bild wird nicht nochmal mit gerendert. Man sieht schon, das hat hier so ein paar Fehler im Bild, die eigentlich nicht sein dürften. Aber es geht wirklich nur darum, dass wir sehen, wo was sein könnte. Und hier haben wir die Möglichkeit, einmal eine neue rechteckige Verweisfläche zu erstellen. Und dann klicken wir hier rauf und ziehen hier ein Rechteck von quer nach schief und dann haben wir das Rechteck da, wo wir es haben wollen. Ja, ob wir es dann wirklich brauchen, wir können es hier letztendlich noch verziehen, ist die Frage. Ein Rechteck braucht man an sich nicht, weil man anstelle eines Rechtecks auch einen Container erstellen kann. Einen Kreis aber könnte man gut gebrauchen. Man könnte ihn anklicken und man könnte auch in diesem Kreis an sich noch ein paar Sachen verändern. Wollen wir aber auch nicht. Ist eigentlich auch nicht so die feine Art, hier irgendwelche Kreise in der Image Map zu stellen. Was wir eigentlich wollen, was ich euch zeigen möchte, ist ein Polygon. Und ein Polygon besteht daraus, dass wir hier auf diesem Bild auf verschiedene Punkte klicken. Und wir sehen schon hier, wenn wir hier ganz genau hingucken, dann haben wir hier einen Strich, den wir ziehen können. Und den können wir entlang der Gitarre ziehen, um verschiedene Punkte zu ziehen. Ich möchte jetzt mal einfach die Gitarre als Image Map quasi verwenden. Wir sehen, wir haben das hier so ein bisschen schief. Und dadurch, dass wir das... Ja, was heißt schief? Wir haben es so ein bisschen schräg und rund. Und deswegen möchte ich einfach mal an dieser Stelle das mit einem Polygon-Tool machen. Dass ich die Gitarre... Jetzt bin ich beim Gitarrenhals. Jetzt bin ich hier unten beim Cut-Off. Jetzt bin ich hier unten und letztendlich kann ich über einen Rechtsklick bestimmen, dass der Loop sozusagen geschlossen wird. Jetzt sehen wir hier einzelne ganz kleine Punkte, die hier so ein bisschen angezeigt werden. Wenn wir das auf 100% setzen, dann können wir uns das nochmal genauer angucken. Hier haben wir das Rechteck. Hier unten haben wir das Polygon quasi, was wir gerade gezogen haben. Wir können uns die Punkte auch nehmen und noch ein bisschen mehr nach außen ziehen. Das ist wahrscheinlich sogar besser, weil natürlich wir dann die komplette Gitarre dabei haben. Wir sehen, ein Polygon ist nie wirklich rund. Also wir sehen, dass das Polygon an sich hier immer Kanten hat. Aber diese Kanten können wir letztendlich so setzen, wie wir sie setzen wollen. Was letztendlich wichtig ist, bzw. was dann wichtig ist, ist, dass wir hier an dieser Stelle auf Image-Map gehen können und sagen können, dass wir die Image-Map in die Zwischenablage kopieren wollen oder in eine bestehende HTML-Datei einfügen oder eben in eine neue HTML-Datei einfügen. Und schon sehen wir hier, was die Image-Map eigentlich macht. Und hier können wir letztendlich auch in HTML nochmal so ein bisschen editieren, dass wir die Image-Map, die Area quasi rausnehmen, dass wir das Rechteck überhaupt nicht brauchen, dass wir den Kreis überhaupt nicht brauchen, den können wir auch rausnehmen. Wir wollen jetzt einfach nur die Gitarre als Image-Map quasi haben. Und hier sehen wir dann auch, hier wurden Koordinaten gesetzt, die letztendlich dafür da sind. Also es ist wahrscheinlich immer eine X- und eine Y-Koordinate, die hier gesetzt wurde, die letztendlich die einzelnen Punkte, die wir hier angegeben haben, darstellen, so dass die Gitarre wirklich als Gitarre in einer Image-Map dabei ist. Und jetzt können wir zusätzlich zu dieser Image-Map, also zu dieser Area, können wir quasi ein JavaScript-Event setzen. Also, ja gut, der Schrägstrich hier müsste nicht sein, weil wir hier kein XHTML haben. Hier könnten wir ein onClickist gleich und dann, naja, sagen wir mal document.location.href und dann könnten wir hier in dieses Href, ich muss das mal eben so angeben, genau, könnten wir quasi den Link einsetzen, den wir haben wollen, auf die Seite index.prp?site ist gleich Gitarre. Keine Ahnung, je nachdem, wie ihr eure Seite eingerichtet habt, könnt ihr dann auf einen Verweis verweisen. Und wenn wir diese Seite dann aufrufen würden, würden wir mit Klick auf die Gitarre quasi auf die Seite index.pr.php mit dem Get-Parameter-Gitarre weitergeleitet werden. Das ist an sich ganz cool. Jetzt kann ich das Ganze speichern auf dem Desktop, meinetwegen unter Tutorial. Und wenn ich das Ganze gespeichert habe, kann ich das auch noch aufrufen. Ich muss nur irgendwie auf den Desktop kommen und das Ganze einmal aufrufen. Und schon sehen wir, das Ganze funktioniert nicht ganz, weil das Bild natürlich nicht an der richtigen Stelle ist. Das müsste ich jetzt auch noch dahin kopieren. Das mache ich mal fix. Moment. So, und schon sehen wir hier, ich habe das Bild gerade mal dahin kopiert. Ich habe das jetzt auch auf, weil das Bild halt ziemlich groß ist, habe ich das mal so hingezogen. Und schon sehen wir hier die Image-Map. Beispielsweise können wir mit Klick auf die Gitarre auf einmal einen Link anklicken. Und wenn wir darauf klicken, dann werden wir natürlich weitergeleitet auf die Seite, auf die wir weitergeleitet werden. Ist aber so eine Sache, wenn wir da wirklich weitergeleitet werden, da natürlich diese Seite nicht existiert. So, weitere Sachen, vielleicht ist auch der JavaScript falsch geschrieben, da gebe ich jetzt keine Garantie drauf. Weitere Sachen könnt ihr mich fragen an sich, wenn ihr Probleme habt bei Facebook. Weitere Sachen könnt ihr mich fragen, wenn ihr Probleme habt bei Skype oder Jean-Hilfte. Findet ihr mich überall. In diesem Sinne sage ich, ich bin Manu von Jean-Hilfte. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.